Ich kann mal kurz nochmal hier aussortieren. Zack. So, das Banner kommt hier auch weg. Ciao. Äh, zuck, zuck. Zack, zuck, zuck. Zack. Das wär's erstmal. Das kann weg, das kann weg. Sonst? Ach, hier die Industrie. Ja, ciao. La, 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 la. La, 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 la. So, es geht mir nur hier ein bisschen um die Sicht, ne? So ein bisschen um die Sicht. Und hier können wir ja wieder anfangen zu wachsen. Ne? So, ciao. Ja. Ich bin neulich, ob ich hier allgemein das lasse. Warte mal, ich mach mal hier den hier, ne? So. Das hohe Gras geht mir doch ein bisschen mehr auf den Sack, als ich gedacht habe. Aber wir haben jetzt den ultimativen Trick gefunden. Was ist denn da los? So, ciao. Hm. Ich weiß noch nicht. Ich bin davon noch nicht so ganz überzeugt hier. Das Problem natürlich an der Sache schon wieder ist, wenn das halt hier so normal runter geht, ne? Was ist, wenn wir den um ein, um ein nochmal vergrößern? Naja, der macht jetzt da, ne? Ah. Was ist denn hier passiert? Ah, fuck it. Ah, fuck it. Ja, das ist nicht gut. Ach so, doch. So. Genau. Ja, okay. 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 Ich hab keine Erde mehr, ne? Nein. Ja, das muss jetzt erstmal hier alles wieder grün werden. Ähm. Was ist denn da passiert? Warte mal, haben wir hier noch ein bisschen Erde? Haben wir gar keine Erde mehr? Gar keine Erde mehr? Wo ist denn unsere... Ach so, ja, stimmt. Ah, Gott. So, ich packe dich einfach mal hier mit rein. Ah ja, hier muss ich ja auch noch. Wir könnten uns das natürlich ein bisschen einfacher machen. Dafür müsst ihr aber Erde holen. Ja, und hier müssen wir auch noch ein bisschen anpassen. Ja, ich muss noch mal ein bisschen überlegen. In der Zeit können wir das schon mal rausschmeißen nochmal und das nochmal rausschmeißen. So, ciao. Und ciao. Aber so, ne? Es nimmt langsam Form an. Weil eigentlich hätte ich gedacht, hier auch überall die Bäume hinzusetzen, weißt du? Dass das halt, ähm, ja, in diesem, in diesem Wald ist, weißt du? Sieh! Kackau, es hat sich erfolgreich gegen die Einträge... Ah, endlich mal, ja? Vor allen Dingen, ich hatte doch das Spiel neu geladen. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Okay, ich muss Erde holen. Ich guck noch mal direkt dann unten, wie viele... Keinen, okay. Lalalalalalalala, so. Aua. Dann könnten wir da vielleicht beim Metroiden, weil, äh, ja. Wenn wir das jetzt so per Hand machen, das wäre Wahnsinn. So, pass auf. Weil wir brauchen das nicht immer im Inventar. So. Ne? Und dann... Zack, 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 zack. Lalalala. Weil ich weiß nicht, wie viel Erde wir dafür brauchen werden. Das ist gerade so ein bisschen... Le Problem. Ja. Soll ich nehmen mal bis 8000, ne? Das sollte erst mal ein bisschen reichen. So, kann ich nicht. Hier haben wir auch noch... Ach, das ist Potzoll, ne? Ne, grobe Erde. Okay. Ah ja, grobe Erde. Ja, ich kann mich daran erinnern. Die grobe Erde ist auch so ein... ...listiger Feind. So. So. Bau in den Hüft. Kade. Gut, dann müssen wir dann erst mal ein bisschen abwarten, ne? Ja, danke. Ähm. Ja, dann müssen wir noch mal ein bisschen schauen mit den Bäumen. Aber ich würde gerne... Huch. Ich würde gerne da noch einen hin machen. Obwohl, aber das blendet dann komplett die Sicht, ne? Ne, dann lassen wir das so. Ja. Da schauen wir mal. So. Dass wir hier ein bisschen... ...die Gemüter besänftigen. Das kann ja ruhig so bleiben, hier, ne? Das sieht ja dann wenigstens ein bisschen normal aus. So, ciao. Ah, gut. Ciao. So, wie sieht's hier aus? Okay. Ja, das mit den Blumen ist natürlich ein bisschen... ...bisschen schwierig, ne? So. Keine Fehler. Okay. Meine Idee war jetzt gewesen. Ich nehm mir erst mal ein bisschen Erde. Ich kann auch erst mal hier rein. Hm. Das war denn meine Idee. Pass auf. Wir machen einfach mal jetzt mal erst mal den hier. So. Sehr gut. Okay. Auf der Höhe wollen wir das haben. Ich weiß nicht, ob's funktioniert, aber wir schauen einfach mal. So. So, hier müssen wir noch ein bisschen... Ja, dann müssen wir später dann noch ein bisschen, ne? So. Ne? Du weißt, was ich vorhabe. Dann haben wir nämlich hier alles... ...auch ausgehöhlt. Ja, da muss ich noch mal schauen. Was ist hier das Problem? Okay. Okay, okay. Ja, dann müssen wir gleich mal schauen. Pass auf. Ich geh erst mal... Aua. Auf diese Seite rüber, dass wir das hier haben. Okay. Okay. Ja. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Mi Lord. So, okay. Ja, aber ich glaub nicht, dass der alle... So. Gehen wir noch mal hier runter. Hilfe. Hilfe. So. Wir können's halt nicht bis nach ganz unten machen, ne? Das ist schon klar, aber wir können versuchen, dass wir so gut es geht hier dicht machen. Ne? So gut es geht halt. Bam, 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 bam. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Hier schaut mal gut aus. So. So, das kann ja hier so bleiben, ne? Das kann ja... So kann das ja bleiben. Oh, hallo. So. Hier sind noch ein paar Überbleibsel. Dann müssen wir jetzt noch mal von der Seite... Na, der Plan hat relativ gut funktioniert. Na gut. Ja, gut. Okay, dann noch mal hier. Ja, theoretisch. Warte. Machen wir das mal so... Ah, ich hab keine Erde mehr. Ja, ich hab keine Erde mehr. So. Ja, und die Löcher müssen wir halt... Ah. Schon wieder so Kackmelonen. Diese vermahleleiten Kackmelonen. So. Tschüss. Delightful. Ja, delightful. Aber dann haben wir hier schon mal den... Haben wir schon mal den Krater weg, ne? Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Das ist eigentlich ganz gut. Sehr schön. Müsste ich nur noch ein bisschen... Ähm... Dings holen. Äh... Erde nochmal. Ja, das ist halt hier nervig so, ne? Ja. Ja. Schauen wir mal. Wenn wir das jetzt da machen, dann... Ja. Das wird halt nicht... Das wird halt hier nicht, ähm... Natürlicher, ne? Auch wenn wir dann einen vormachen. Wir müssen das halt so lange einen vormachen. Ja. Aber das ist so ein bisschen so... Ähm... Wie sieht das eigentlich mit den Kartoffeln hier hinten aus? Okay. Keine Kohle mehr. Das ist natürlich ein Problem. Hier, fünf Kohle kann ich dir noch geben. Ciao. Jut, jut, jut. Okay, dann haben wir das. Ja, wir müssen... Wir müssen nur noch Tiere finden, ne? Ja, so ein bisschen das Problem. So, dafür sollte ich mich mal bereit machen. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Die brauchen wir erstmal nicht. Die brauchen wir erstmal nicht. Die brauchen wir auch erstmal nicht. Ich brauche... Weizen. Weizenkörner. Ich weiß nicht... Ah, warte mal. Schwein in den Karotten, ne? Ja. Ja, da muss ich gleich mal gucken. Pass auf. Ich mache kurz eine Aufnahme-Pause-Session hier. Geht kurz auf Toilette. Dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Alles klar. Bis gleich dann.